Das kann nicht wahr sein. Nein! Nein! Wow, da kommt ein roter GT3 RS, Alter. Kein S***, ich kann nichts mehr hören, Alter. Ohrenschmeiz ist gerade gottlos, bis zum Mond geflogen. So, Freunde, heute ist es wieder so weit. Ich werde ein Motorrad an einen glücklichen Gewinner ausliefern, und zwar die Ducati Mono. Hi. Grüß Gott, Waldemar. Ja, grüß dich. Na, dein neues Motorrad wartet hier auf dich. Kannst runterkommen. Gerne. Grüß Gott. Hey, David, grüß dich. Hi. David, was geht? Ich bin verliebt. Da setz dich gerne mal drauf. Reib dein Gesäß an der Sitzbank, so wie sich das gehört. Ich glaube, er checkt das noch nicht so richtig, ne? Gar nicht. Du hast gerade ein Motorrad gewonnen. Ich habe es bis gestern fast nicht geglaubt. Echt? Ernsthaft, ernsthaft. Uh, ja. Da sind die Schlüssel drin. Die Papiere, die Anleitung. Ist wirklich deins. Das ist kein Scam, ist kein Fake. Das ist dein Motorrad. Niegelnagel neu vom Händler. Nachbarn werden dich freuen. Jungs, was geht ab? Freut mich. Boah, ich sehe immer deine Videos. Ehre, Mann. Können wir ein Bild machen? Ja, klar, gerne, Bro. Zeigt mal, was ihr könnt. Oh, jetzt geht's ab, Alter. Was passiert denn jetzt? Flungenvolumen am Limit. Hey, 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 hey. Dickes Dankeschön. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Läge, die Jungs, Alter, so geil. Oh, ein Hammer, Bruder. Wow, wie breit. Das ist breit als lang. Wir haben einfach straight vom Militär geklaut, vom US-Amerikanischen. Stellt euch mal den Humby vor und dann steigen daraus die Trommler aus. Wow. Alter! Beide? Hä? Ich fall gleich um, was ist das? Ich kann doch Motorrad nicht. Über Double Penetration. Warte, was ist jetzt los? Ja, das ist ne geil, ach. Was ist denn mit Julien los? Junge, dein Gehirn ist einfach komplett runter gefahren ohne Reboot. Alter, krank. Eine M-Tausende R. Was geht, Bruder? Kranke Karre, Digga. Was hat die gekostet? Bruder, läuft. Junge, die Felgen sogar aus Carbon. Halt deinen Maul. Willst du fahren oder was? Aber du hast keinen Helm, Bruder. Das ist das krankeste Motorrad, was es von BMW gibt. Wir haben alle ein bisschen Tropfen in der Hose wegen deiner Maschine. Fahrradbullen. Oh, mein Licht geht immer noch nicht. Was geht jetzt los? Es ist grün, Digga. Es ist grün. Hä? Was, der baut sein Bike auseinander? Ich will nach den Steckern gucken. Junge, mach das doch, wenn wir anhalten. Ja, jetzt habe ich hier meine Abdeckung in der Hand. Ja, das wäre immer schuld. Junge, das kann nicht wahr sein. Offener Luftfilter, Carsten, ist das jetzt. Das ist illegal, sage ich der Polizei. Ha, guck, mein Licht geht wieder. Ich fasse es nicht. Jetzt mach den Deckel wieder drauf. Du hast dein Bike gefixt bei der Fahrt. Hau rauf, hau richtig raus. Bam, bam, ja. Was geht ab? Willst du mich grüßen? Grüße gehen raus an Mo. Euch auch. Ciao, ciao. Während der Fahrt, Digga. Das muss erst mal einer nachmachen. Ich habe es nicht gecheckt, wie du das gemacht hast. Einfach ein geiler Spritzer. Oh, ja. Super, heute läuft gut, Alter. Attacke weiter so. Bitte helfen Sie mir. Ich werde dich jetzt so wegrammeln, Julian. Und, let's go. Ich hätte niemals gedacht, dass ich das witzig finde. Ich bin arrogant und geil. Hier. Sie sieht aus wie eine Türkin. Bauchnabel-Pilsing. Sie hat zwar kleine ... aber ein ... wie ein Pilsisch. Boah, dicker. Junge, halt dein Maul. Guck dir das Teil an. Das ist alles Forged Carbon. Digga, ich glaube, das ist der krankeste Ferrari, den ich je gesehen habe. Digga, sieht der geil aus, Alter. Diese gelben Streifen da dran. Brutal. Ich habe schon viel gesehen, aber das ist wirklich bodenlos. Wie geil sieht der aus. Schnelles Geld verdient sich nicht am Schreibtisch. Geil. Geil. Du weißt, was ich erwarte, David. Ach nee. Zeig her den Gött. Oh, yes. Geil. Was zur Hölle geht denn jetzt ab, Alter? Hä? Ist das dämlich, Alter. Ich habe sehr, sehr stark geschmerzt. Junge, was geht denn hier ab, Alter? Das ist eine 812, aber eine Spezialedition, Bruder. Das ist ein richtig heftiges Teil. Können wir den Foto machen? Ja, klar, gerne. Nein, Bruder. Ich habe mein Gummi verloren. Irgendwie. Ja. So, Freunde. Jetzt hören wir uns hier eine geisteskranke Harley an. Alter, guckt euch das Ding an. Holy . Jetzt bin ich gespannt. Ach krass, jetzt fällt das Ding hier rauf, Alter. Erinnert mich ein bisschen an Amerika. Halt doch deinen Maul. Er hat es einfach runtergefahren. Freunde, meine Ohrenschmalz vibriert hier schon wieder. Wunderschön. Ist das geil, ich brauche das auch. Freunde, guckt euch das an. Das ist einfach eine Hauptattraktion hier gerade, das Auto. Boah, ist das ein Teil. Und direkt daneben steht einfach hier ein 812 Competizione. Alter, ist das ein Brett. Ich glaube, der kostet auch irgendwie eine halbe Million oder so. Absolut brutal. Zwölf Zylinder, einfach komplette Carbon-Felgen. Krank. Düsseldorf at its best. Boah, Alter. Bruder. Freunde, zieht euch das rein. SF90, dann hier 458. Wieder ein verdammter Fiebertraum. GTA Online-Lobby. Ey, David, was geht ab? Was geht, was geht, was geht? Boah, jetzt kriege ich schon wieder Hunger. Guck dir das an. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sieht das geil aus. Smoke meat every day. So sieht es nämlich aus. Nein, Bruder. Halt dein Maul. Wie heißt der Laden hier? Smoke Barbecue. Smoke Barbecue. Showdown geht raus. Ehrenmann, Alter. Kuss. Freunde, das gibt es nicht. Ich habe hier echt gerade einen Burger bekommen. Ich liebe euch. Ich habe einen Burger bekommen. Ich glaube nicht. Ich hoffe, ich verliere den jetzt nicht, Bruder. Dann würde ich echt weinen. Nein. Nein. Der Opi hat den weggekickt. Der Opa hat den einfach weggekickt. Hast du gesehen? Danke. Oh mein Gott. Digga, der blöde Opa. Junge, der hat den einfach weggekickt. Der hat mein Essen weggekickt. Ich bin froh, dass der nicht komplett rausgedroppt ist. No joke. So, Geschmacksprobe. Stocki, jetzt du. So, Freunde. Ich probiere jetzt auch diesen wirklich mit Liebe zubereiteten Burger. Oh, da kommt ein roter GT3 RS, Alter. Oh mein Gott. Wow. Es gibt nur eine richtige Marke. Und das ist Porsche. Gönne ich dir von Herzen. Ehrlich, Alter. So ein wunderschönes Auto. 992 GT3 RS in Rot. Ich habe gerade wirklich ein bisschen Gänsehaut. Oh, guck mal, guck mal. Er sah hier halt grün. Er krank, gleiche Farbe. Ja. Oh, stimmt. Hä, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich habe das ja lackiert in derselben Farbe. Deswegen seid ihr so abgegangen. Beste, Alter. So, wo fahren wir hin? Wir fahren auf einen Tuning-Treff. Mit den Motorrädern, richtig. Junge, heilige. Wie voll ist das denn? Freunde, wir sind mittendrin. Tuning-Treffen. Parkplatz voll. Was geht ab? Junge, jeder Spot ist hier voll. Guck dir den Supreme BMW mal an. Das ist doch was für Sören, Alter. Ja, klar, komm. Easy, schönen Abend euch. Na, alles klar? Wieder im Lande, oder was? Sicher, ey. Hi. David, was geht's? Digga, was ist das denn hier? Bruder, bist du gerade von der Rennstrecke gekommen, oder was? Ist das so ein... Schott schon immer. Bruder, feier ich extrem. Geiler Typ. Was geht's? Let's geht! Alter, fresh aus dem Gym, oder was? Aufgepumpt, Digga. Du hast ein neues Motorrad. Du hast ein neues Motorrad. Also in zwei Wochen, das weiß ich nicht. Aber sag ich nicht, nur für den letzten. Geile Sch***. Servus, grüß Gott. Hallo, Bruder. Schön, euch zwei Süßen wiederzusehen. Schön, dich wiederzusehen. Mensch, Alter. Da wird hier das Süßholz geraspelt. So sieht's aus. Digga, ist das dein Supreme BMW? Ja. Den musst du mir nachher mal ausführlich zeigen, Ben. Junge, was ist hier los, Alter? Ich bin mal vordran, aber wir hören euch mal auf. David! Alles klar? Hallo. Hallo. Lange her, ne? So lange doch, Mensch. Zuletzt bei diesem Limitless. Willst du mal zeigen, was du in deinem Kofferraum hast? Nein. Das kann nicht wahr sein. Bitte nicht. Laura, nächstes Mal. Es wird laut, es wird... Das ist keine Ahnung. Ohrenschmalz wird vibrieren? Ja? Ja. Ich zähl auf dich, gell? Ich habe auch voll Bock, meinen Motorradführerschein zu machen. Mach. Ihr habt mich alle angesteckt, ne? Eigentlich habe ich so Angst vor diesen Dingern. Weißt du, was ich meine? Du hast Angst, aber du hast auch Bock. Ah ja. Du bist so eine Wilde eigentlich. Ich seh das in deinen Augen. Ist das deine Freundin? Ja, das ist meine Cousine. Ich bin der David, hallo. Aus den Niederländen. Aber du sprichst Deutsch? Nein, ich sprich. Bring mir mal Niederländisch bei. Einen Satz. Ich hau fang küt. Ich hau fang küt. Ja. Was heißt das? Ich liebe... Ich liebe... Ich liebe... Echt jetzt? Das habe ich gerade gesagt. Ja. Sehr sympathisch. Wie heißt du? Ich liebe... Mehr muss man nicht können. Das ist der einzige Satz, der wichtig ist. Genau. Ja. So, da bin ich wieder. Ich habe gerade auf Niederländisch gesagt. Ich liebe... Sag mal das auf Niederländisch. Ich habe es schon wieder vergessen. Ich habe das... Niederländisch mit Niederländisch. Ich hau fang küt. Ich hab... Ich hab von gut. Hä? Ich hab was für dich. Safari Fruits. Das weckt dann den Löwen in mir. Ja, genau. Geil, Alter. Danke, Bruder. Tja, zieht euch die Schuhe rein. Das kann doch nicht wahr sein. Plus 5 PS. Egal, welches Auto man fährt. Digga, guckt euch das an. Da kommen einfach noch mehr Mopeds. Und Olli! Nein! Das verlorene Kind. Schenk mir dein schönstes Lächeln. Ich habe mich gerade neu verliebt. Dann checken wir mal die Lage hier. Auf dem Platz ist auf jeden Fall behindert viel los. Lotus Evora hier auf der rechten Seite. Sehr, sehr schön in weiß. BMW M4 M2 AMG hier auf der rechten Seite. Servus. Ach, du bist das wieder. Was geht? Wenn mal, Alter. Feier ich. Digga, geile Folierung. Übel herzlich, Alter. Mit der Figur da vorne, die die Motorhaube hält. Sehr, sehr geiles Ding. Ehrlich, feier ich. Danke, danke. Einen schönen Abend euch noch. Und guckt euch das an. Fast and Furious in Deutschland. Ich schwöre es euch. Bruder, ey, ohne Sch***. Das sieht so heftig geil aus. Die weißen Felgen auch. Dann mit dem Rot hier. Carbon's dritten Theke. Alter. Bruder, der ist ultralaut, ne? Lass mal kurz rein. Komm, 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 komm. Schnell. Junge, Alter, jetzt fängt es plötzlich hier komplett an zu regnen. What the f***? Nein. Danke, Olli. Es hat meinen Abend bereichert. Danke. So, Freunde, jetzt sind wir hinter dem BMW. Alter, willst du mich f***en? Aber wenn ich heute mein Gehör verliere, dann auf jeden Fall mit einem geilen Abgang. Alter, Digga, ist das ne Krawalltüte. Halt doch dein Maul, das ist nicht normal. Digga, das ist so geisteskrank. Kein F***. Ich kann nix mehr hören, Alter. Ohrenschmalz ist gerade gottlos. Bis zum Mond geflogen. Boa. Boa. Ohrenschmalz ist gerade